Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute, ich bin Lucina und heute geht zwar ein kleines, ganz, ganz kurzes Spezial-Zeitraffer-Video, eine Art Schönbau-Video, ich weiß auch nicht genau, zu LS22. Wir haben nämlich kürzlich in gemeinsamer Arbeit geschafft, endlich das Ziel zu erreichen, über 500, na, weiß ich nicht, wie viele haben wir bekommen, 560.000 Euro oder sowas, haben wir erwirtschaftet, angespart und das ist schon, das ist schon Leistung für uns. Das Thema Gebrauchtwagenmarkt. Genau, wir haben das erreicht und wir sparen schon länger auf eine BGA und die werde ich jetzt aufbauen und ihr könnt mir in diesem Video dabei zuschauen, wie ich das im Zeitraffer tue. Genau, dann seht ihr, wie ich das gemacht habe und warum die BGA jetzt genauso aussieht, wie sie aussieht. Allerdings gibt es zuerst noch ein paar Sachen zu erledigen. So, da sind wir auch schon, auf diese Fläche soll die BGA hin und ich habe mir das folgendermaßen gedacht. Wir haben hier noch ein Fahrsilo, das auch gerade noch voll ist, das müssen wir natürlich leer machen, ich will auf keinen Fall das schöne Häckselgut hier, was ja meine Freund und ich, Mitarbeiter zusammengesammelt haben, entfernen. Das heißt, ich muss es erst mal rausbringen, irgendwo hin, entladen, Bäume fällen, Stümpfe entfernen. Genau, sobald das gemacht ist und hier frei ist, werde ich hier die BGA hinstellen. Dann kommen hier zwei Silos, Keilsilos oder wie die heißen und eine Maschinenhalle für die Maschinen, die sich hier vielleicht ansimmeln werden. Und genau, dann gilt es doch, das Ganze ein bisschen zu verschönern, ein paar Zugänge zu schaffen, Bäume und sowas. Also das wird am Ende auch ganz nett aussehen und genau, das könnt ihr euch jetzt anschauen. Ich werde jetzt gleich damit anfangen und ich wünsche euch viel Spaß dabei zuzuschauen, wie ich arbeite und fleißig bin. Damit ihr auch möglichst viel seht, werde ich auch gleich beim Bild verschwinden lassen und jetzt bleibt mir bloß noch, euch viel Spaß beim Video zu wünschen. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.